Welche andere Community? Ihr seid meine Einzige und werdet es auch immer bleiben. Hey, hey, seid jetzt nicht, hey, seid jetzt nicht, hey, ihr seid doch weiterhin mein, ihr seid doch weiterhin mein Chat und, ähm, und supportet mich doch mit eurem Sub jeden Monat, oder? Wir sind schon, also wir haben schon einiges geschafft, aber ich will mir jetzt auch Zeit lassen. Ich möchte gerne auch nochmal auf die Planeten zurückreisen und aufmachen, was wir nicht aufmachen konnten, weil this game ist ein Spiel, was es wert ist, sich jede Ecke anzugucken. Vielleicht auch Truhen von anderen älteren Planeten. Genau, das muss ich sagen, Chat, das habe ich, äh, das habe ich, ähm, vorgestern, äh, am Off-Day, war ich, äh, war ich hier wieder, äh, auf dem, äh, äh, also, wie soll ich es sagen? Also, da war ich hier und, dann habe ich da eine Truhe und so und so aufgemacht. Hey, aber, hey, hey, seid jetzt nicht, hey, seid jetzt nicht, guck mal, Chat, da steht erst 92% erkundet und 15 von 16 Truhen. Das heißt, es gibt hier noch eine Truhe, die wir auf diesem Planeten zusammen suchen müssen. Also, bitte, haltet euch zurück. Sechs Stimms? Ja, 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 also, da waren auch zwei Stimms, äh, Chat, guck mal, jetzt tut jetzt nicht so, als ob ich ohne euch weitergespielt hätte. Ich habe ohne euch nicht weitergespielt. Ich bin einfach nur wieder zurückgegangen, wo wir eh schon waren und habe da und da mal eine Kiste gelootet. Die hattet ihr eh schon alle gesehen. Fühlt sich an wie Fremdgehen-Ted. Das wäre, wenn ich für eine andere Community auf einem anderen Kanal gestreamt hätte, aber ich war ja, ich, guck mal, ich würde... Hey, Chat, ihr seid doch weiter in meine, meine Community, oder? Hey, ihr seid doch weiter in meinen, ihr seid doch weiter in meinen Chat und, ähm, und supportet mich doch mit eurem Sub jeden Monat, oder? Chat, chat, chat. Es klingelt. Oh Gott, ist das einer von euch, der mich umbringen will? Bitte, 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 bringt mich nicht um, Chat, bitte. Ich will noch nehmen, ich will noch springen. Seid ihr jetzt beleidigt, Chat? Okay, was kann ich denn machen, damit ihr wieder, mhm, wieder nicht beleidigt seid? Kann ich euch doch was Gutes tun? Ein PS5-Gewinnspiel, weil ich offline auf einen alten Planeten gegangen und ein paar Drohnen geöffnet habe. Was ist eigentlich mit den Zeugnissen? Ja, Mann, lass gleich noch ein paar Zeugnisse checken. Schau doch, die von der anderen Comic... Welche andere Community? Jo, Joanna, ich habe keine andere Community. Ihr seid meine Einzige und lasst es doch mal bleiben. Ihr seid ja wirklich... Ihr seid ja richtig wie so... So. Ey, also... Und wie ist das Spiel so zum zweiten Mal zu spielen? Nee, ich brauche jetzt... Ich brauche mir jetzt nicht so dummen Kommentare von euch an den Chat. Ich habe nur ein paar Truhen geöffnet. Sag mal... Ey, warum ist denn die Tür von der anderen Seite verschlossen jetzt für eine Scheiße? Das ist doch nicht wahr. Mach nicht so, als ob du das nicht wissen würdest. Mann, ich spiele das hier zum ersten Mal, Chat. Sonst wird die Katzi noch gar nicht kommen. Eins, zwei... Ich habe einen Double Jump. Drei, vier... Äh... Ich kriege einen Bein im Krampf. Was? Ich kriege einen Krampf im Bein. Nach Novi Home erst mal Mixtream gönnen wir gegen Standardgegner stirbt der BW. Das sind keine Standardge... Jobber Larry, du kleiner... Wirklich, wie kannst du das predikten? Und dann passiert diese Scheiße auch noch. Du... Bisschen... Du bist... Wirklich, das ist... Nee, Digga, das ist nett nicht funny, ne? Du kleiner Dreckiger, du kleiner Dreckiger. Fast so viele Tode, wie ich Kanalpunkte habe. Okay, Kev, hier hast du. 150.000. Na, shut up. Ich habe einen Death-Counter gemacht, Chat, aber nur für mich. Ich sehe den. Und ich habe hier immer nach jedem Death, habe ich hier so einen kleinen Strich gemacht. Hier auf dem Zettel. Ähm... Und da stehen... 28 Tode. Also, vertraut mir, Bruder. Achso, das Detail in der Cam wäre dann Tode. Hahaha! Du kleiner Dreckiger! Wie kann man so sein? Hahaha! Du kleiner... Bruder, Jigga... Nein! Was? Was? Wicked as fuck! Oh mein Gott, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Komm, greif an, komm. Ey, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Hallo, Henke! Hey, Bro! Hey, Bro, Alter! Hey, Niko! Na, Mann, was läuft? Was geht denn, Alter? Was geht denn? Lass mich gesehen! Hey, Bro! Hey! Hey, Mann! Hey, Mann! Hey, Chip! Was geht? Hahaha! Oh Gott, Dicke! Die Frage ist, was machen wir denn heute unseren täglichen Kopf? Kevin hat gerade angefragt, ob wir noch was machen. Ja. Vielleicht kann man mit dem ja vielleicht einen kleinen Spätzchen veranstalten tun. Ja, aber ich werde jetzt erstmal noch streamen, also ich stream heute noch. Ey! Weißt du, was ich meine? Meine war's in dem Fall, möchte ich sagen. Ja. Wie lange willst du denn noch streamen, wie war Niko? Hab ja gerade erst angefangen wieder. Gerade eben erst? Um 20 Uhr von einer Stunde knapp, ja. 20 Uhr erst mal. Da wollte ich noch, wollte ich noch tatsächlich so die, ein bisschen was machen, weißt du noch? Was tun wolltest du noch? Mhm. Dann wolltest du noch wahrscheinlich dann so ein bisschen 0 Uhr spielen, hm? Um Mumbai, ich würde vielleicht so zwischen 23 und 0 Uhr irgendwie so. Und dann kommt der Bombay, was hat denn das jetzt mit Indien zu brucht? Wir sind ja wieder, Star Wars oder was? Ja, Star Wars. Wieso? Ich bin kein Nerd. Du bist ein dämlicher Nerd, Alter. Du hast fucking Stop Motion Game 8 Stunden gespielt. Äh. Ja, true, ist ja... Der Sieger, wir haben ja gesagt, wir machen hier unser Pokémon-Wochenende, oder? Stell, haben wir's gesagt, ja? Jetzt kommt... Ey. Super Henke Mega mit Nick Pokémon-Wochenende. Oder? Lul... Der Junge. Ja, oder? Oder? Weird Chap in Chat, oder? Ey, Bro, ist cool, wenn ich noch ein bisschen losdüse. Ist voll cool, Alter. Voll das nice Wochenende mit dir gehabt, Ditz, Ditz. Ja, Dicke, aber wenn du halt hängen gehst... Ach man, geh, mach mal das mit deinen echten Freunden. Ist schon in Ordnung. Ey. Chat, lass uns einfach gleich zusammen noch ein bisschen Spaß haben im Stream, oder? Brauchen wir Henke nicht für. Habt recht. Was machst du hier noch? Haben dich deine Freunde noch nicht abgeholt? Ja, Mann. Ich komm voll nach nachher. Ey, Mann. Ich schnack's doch nur vor, oder? Ja, doch, klar. Nein, mach jetzt. Hau ab. Hab Spaß. Tschüss. Danke. Das sieht aus, als ob da gleich so eine Riesenfedermaus kommt, Chat. Ich bin ehrlich. Digga, das ist hier. Hier wird so ein Bossbett gleich stattfinden. Wenn ich sag's euch, wie es ist. Freunde, ähm, ja, ich wollte tatsächlich ja heute auch noch ein bisschen, ähm, in Velo rein. Paar Ranked Matches noch spielen mit euch. Yeah! Also im echten Leben wäre das nicht so. Ja. Den Realismus gedodged. Na klar! Ist ne Federmaus, ist ein Flugzeug, ist Batman. Nein, es ist einfach alles. Das ist unlogisch. Äh, ich mach ihn kein Damage. Hallo? Bye, have a great time. Wo geht er hin? Hallo? Hallo? Wo geht er hin? Hallo? Wir sind hier noch nicht fertig, du Arschgemurrt! Hallo? Ist voll weg. Bei... Wir sind hier noch nicht fertig, komm sofort wieder zurück! Ein paar Sekunden später. Ahhhh! Ahhhh! Ah, 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 ah! Ahhhh! Oh, Gara besiegt Ich hab dich besiegt Ich hab dich besiegt Der arme, was, warte, Chat Was denn für der arme, Chat Der wollte uns doch töten, wisst ihr noch, als er uns töten wollte Kurze Erinnerung Hallo, wir sind hier noch nicht fertig, du Arschgeburt Wir sind hier noch nicht fertig, komm sofort wieder zurück Wir sind in seine Höhle rein, Haus Friedensburg mal lieber Naja, okay Irgendwo, irgendwo habt ihr recht